Wir gehen runter. Nein, wir bleiben hier. Ja, dann kriegst du keinen 50 Euro, dann musst du schlaßen. Also da liegen doch 50. Ja. Warte. Würde ich auch sagen. Achtung. Vorsicht. Ein bisschen geht noch. Hey. Komm. Ist doch voll jetzt. Ja, die drei waren es auch nicht mehr jetzt. So, ist gut. Aber es läuft schon über die beiden Regen raus. Ja, das ist egal. Komm, das ist egal, ob da Leute zugrunde ist. So ist das jetzt. Du musst doch die 50 Euro noch zusammenkriegen, das ist ja klar. Fünf. Fünf von mir. Von euch krieg ich auch für die zwei. Ja, ja, gut. Warten wir mal. Das ist egal. Das ist mir auch dreist schwer. Locker. Garne. Rund holen. Der Rest. Der Rest. Garne. Akku ist leer. Gut, das hat sich überlegt. Muss man wieder mal. Jetzt. Soll es fehlen. Ja, hier. Warte, du musst anschossen. Das Cola fehlen. Setz aber mal ab zwischendurch, sonst ist es langweilig. Spost. Gefehlt's doch wie jetzt. Das ist auch mit Tod. Das sieht richtig lecker aus. Guck mal, ich packe die nebenher raus. So faul ist das, Mann. Was ne Hure für 50 Euro frisst der in diesen Müll, ey. Boah. Jetzt auf. Ja, fang ruhig mal an. Ist ja los nix. Felix, 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 Felix. Würde ich auch mal sagen. Auf geht's. Setz mal ab, sonst ist es langweilig. Wie ist das alles? Das wird alles ungeschluckt. Ich schluckt. So gut. Ich werde jäten. Ich schluckt das alles ungeschluckt. Ich guck dir das an. Guck da. Schluck erst mal. Schluck erst mal. Nein. Das ist ja reingeschluckt. Ja, auf. Was ist das? Was ist das? Das stinkt nach Kotze. Darf ich zwischendurch schon mal Schnaps trinken? Ja, okay. Ja. Aber dann trinkst du es weg. Oh, mit den Tränen laufen. Oh, geil. Das ist noch besser als ich gedacht hab. Du machst das weg. Felix, bitte fotografier morgen früh deinen Shit. Bitte. Das stinkt wirklich. Weg damit. Weg damit. Jawoll. Ich muss fast kotzen, wenn ich hinkomme. Das stinkt. Das stinkt. Das stinkt. Boah, ist da viel drinnen noch, gell? Das soll nicht mehr. Fast. Nee. Nein, nein. Nein, in deinem Maag, meine Shit. Felix. Gott ist jetzt raus, Mann. Oder willst du das verdauern? Die Scheiße. Steckt dort... Ich muss kotzen von ihm gerufen. Ich hab's eben schon hoch. Boah. Du musst den stoppen. Das macht sowas für den Wert. So gut. Von dieser nimmt sich Euro. Bauch. Geil. Boah, hier ist so eine kranke Säue, Mann. Die krankste Sau bin ich halt. Ich geh kaputt, gell? Wo ist denn die Frau? Von Wasser. Zuhause. Schade. Ohne Quappen. Von Wasser ohne Quappen. So. Darfst du locker noch so einen halben Stutzen? Ich würd' sagen, hier geht noch was, will ich. Aber Hauptsache, die Selbstachtung gewahrtätigst. Schon okay. Guck dir das an, ey. Warte, wo ist der Pofi? Da liegt er. Ah, warte. Du kriegst nur den. Du kriegst nur den. Nein. Nein, der kriegt nicht alles. 50, das ist der Preis. Warte. Pofi? Die müssen schwimmen. Ah. 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 Geil. Ach, das war ja sehr schön. Ach, das war ja sehr schön. Ach, was ist das Kakao gehabt, wenn der rauskommt? Ich wusste irgendwie groß werden. Wie tun wir das jetzt? Salzwasser. Guck mal, was da unten noch drin ist hier. Gestört. Ja, mit zwei Drittel hat er echt gesaugt. Wir haben gerade einen aus dem Arsch. Wie? Ich glaub das. Chrissi, Pofi? Ja, klar. Bei einer kotzt ist schon bald ab, gell? Ja, das ist so ekelhaft, das hab ich mir nicht gedacht. Ich dachte mir, wenn ich einigermaßen mit dem Spachsvorn rauskomme.